so hallo und willkommen zu einer neuen folge ist dabei wir haben es auf meinem kanal mit dem pia so da sind wir nach dem intro und wir gehen nicht in die mittel wir reden sofort hier hinter zum schiff ja zum schiff gut box nicht mal das ist ein typ was hast du erwartet das ist ein tosse das ist nicht boxen wenn du mir in die Pfoten schwimmst kann ich nicht so viel immer tot das kann dauern gar nicht nur vor allem weil dann die alte zene um gott gold hermert seitdem seitdem auf dem schiff einshaft ja ach da oh gott die hure die hure der ehlingelige hurensohn ich bin tot ok ok das war schlecht ok dann gucken wir jetzt noch pia zu wenn wir ihn finden da pia homage ja pia macht hier taucher action ne ich bin so ein untoter ausflucht der garese und da hat auch der auch der elenige was da ich hatte immer noch so ein scheiß und wir haben schiff in die luft 0 4 will auch drücken dann drück mal das geht der Batting geht nach unten aber es passiert nix h so ist kann er ist hat verwacht das ist aber echt cool wenn man da dann das Schiff so hochjagen könnte damit also beide Kanonen gleichzeitig drückt das sobald das Schiff so geht das wäre cool nun ging sogar der Pia findet auch keine Kiste ne ist echt so ist aber auch auch da unten da der Kölner die Bolle und packt sich auch nicht vorstückt doch einfach nr es muss sich auch der herlaufen im Boxen so haben wir so schön leer kann man heute in der fast tot Ja, ja Ich boxe den da jetzt runter Ja, du bist so doof Du weißt, dass der unten hat eine größere Range als du Ja, was ich total unnötig finde Nee, das ist logisch Okay, gut, also dann Wir sehen uns gleich in der nächsten Aufnahme Bis gleich Oh fuck, ich habe vergessen aufzunehmen, tut mir leid Ja, ihr seht jetzt, Anfang der Runde Richtig fail Ja, also wir sind gerade eben erst losgelaufen Also wir haben, ja Nur wir haben beide jetzt das Steinschwert und angeln Und ich habe gerade richtig hässlich gelacht, oder? Ja, hast du Okay, bist du Äh, andersrum vor, und da kommt einer Bei dir Da, ja, lasse ich den Captain töten, komm Dann muss ich aber zurück, das dauert eine Weile Du verlierst Nö, gewinn doch, willst du Äh, der hat aber ne Der hat immer gewusst Der war richtig schlecht, Alter, der hat Der hat mich keiner jetzt mal wirklich getroffen Der hat mich einmal gehittet Ich weiß nicht, was bei dem kaputt war Ich hab nur los Hast du hier schon die Kiste gelootet? Ja Ja Arschloch Äh, in dem Baum ist noch ne Kiste Hi Hm, hi Oh, noch ne Kiste Alles kriegst du, komm Oh, Arschloch So, das brauch ich nicht Balken Bion kann man nicht abbauen, ne? Nee Warum denn auch? Verhungern ist doch cool Ich geh runter Komm runter Komm runter, komm runter, komm runter Ja gut, dass du es verhungern hast Das ist gut, das ist wirklich gut Das ist wirklich gut Du musst so viel Lust damit umgehen können, kannst du das? Ja, hast du doch gestern mal gesehen Nö, bin blind Äh, ich hab Goldhoney Ich hab einen Hannig für dich, wenn du brauchst Oh, du Hurensohn Du dummer, kleiner Bastard Was ist denn jetzt rennt er weg, dick Pussy? Du hast mir voll Pfeil reingesammelt, du Wichser Ich weiß Ja, da oben ist ne Kiste Ich weiß bloß nicht, wie man hier rankommen soll Achso, hier Ach Gott Halt deine Schnauze jetzt Was geht in die Höhle? Was für ne Höhle? Wait Die Höhle, die du nicht gelootet hast Hab ich auch nie behauptet Stimmt, ja, hier ist ja voll viel Loot sogar Wenn ich hier drin bloß was sehen würde Na, siehst du auch so viel? Oh, ein Steck, Tick und Pfeile Ich hab noch einen Bogen Ich hab auch noch einen Bogen Und ne, Kettenhose Und ein Schwein Interessiert kein Schwein, ha 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 Und ich hab zwei Gold, das heißt, wenn wir zwei Äpfel finden Hab ich Goldäpfel, zwei Stück Aus der Hölle raus und Und ich komm zurück Ja Woah, schuldschaut schon, warte, war ich hab noch schon für dich Ja Aber es gibt mir halt deinem ganzen Müll, du Arschlauch Gib es dir immer Ich bin nicht im Müllabfuhr. Du sagst, dass du es nicht bist, aber du bist es. Nö. Hast du ein Goldhaar nicht? Ja, ne? Ja, okay. Da oben ist noch eine Kiste. Na, und hier ist auch noch eine Kiste. Hier ist auch noch eine Kiste. Okay, ich bin voll Kette. Ich hab fast nichts mehr zu essen. Was soll der Scheiß? Ich hab noch was. Echt? Genug, ja. Nice. Bist du in so einem Turm? Ich glätt ja gerade eine Wand hoch. Was du das meinst. Also bist du an dem Turm. Ja, kann gut sein. Bist du das? Oh Gott, da ist einer. Dein Hurensohn, Alter. Stopp. Stopp doch jetzt! Ist der Box nicht mit der Hand. Wat ein Faggot! Er läuft die ganze Zeit zurück. Ich will ihn eigentlich gar nicht töten, weil er nichts hat. Und ich finde, das ist wirklich sehr, sehr behindert. Wie soll man da denn hochkommen? Ach, fick doch mein Leben. Ich bin auch hochgekommen. Also muss Ruja und der andere Typ ja auch. Also muss Ruja auch hochkommen. Das ist ein schöner Umweg. Oh nö, ich mach das schon mal nicht mehr. Leck mich. Äh, wo geht's dir überhaupt? Achso. Warte mal, willst du es für einmal probieren? Ich probier's, ja. Dann probier du mal. Oh, guck, das ist so gay. Naja. Dann musst du halt einmal quer durch den Raum. Ja. Das ist voll schwul. Oh, komm schon, das ist ja sehr zu Sprung. Ja. Nice. Wow, hat sich richtig gelohnt. Was? Warum? Zwei Stöcke, ein Kürbiskuchen und ein Brot. Ein Brot? Brot. Achso. So, was hatte der Typ denn auch? Feile, cool, danke. Äh, ich weiß noch nicht, warum du einfach in den Tod gesprungen bist und ich will die ganze Zeit im... Warte mal, ich muss kurz meinen Browser minimieren. Im Endeffekt nehme ich dir wie bei Natho streamen und der fackt mich gerade richtig auf, weil ich da die ganze Zeit flackern sehe. Dankeschön, Dankeschön. So, wohin jetzt? Ähm, über den Berg. Über den Berg. Und weiter? Keine Ahnung. Über den Berg. Äh. Durch die Hülle. Wer nennen wir Items? Keine Ahnung, leck mich am Sack. Hier oben sind nämlich auch noch Kisten. Stimmt aber überhaupt nicht, das ist ne krasse Lüge, äh. So krass hab ich noch nie lügen können. Oh ja, schlechtes Zeug. Richtig schlechte Zeug. Ähm. Hops, 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 hops. Ach da, ist noch einer, gut. Dann hol ich die Minimal... Höh! Wieso umständlich, äh, wieso einfach, wenn's auch umständlich geht, ne? Hallo, Pierre? Bist du noch da? Ja. Also ich glaub da nicht dein Web abgeschüttet hast, wieso hast du dich gemutet? Ja. Wieso? Damit du das fragst. Nee, ich hab da so ein paar Hintergrundgeräusche, oh Gott. Okay, äh, der Pierre denkt nach. Äh, Pierre bist du eigentlich noch bei mir? Bei dem Haus. Was für ein Haus? Da, wo du zu dumm warst, die Tür zu finden. Ach so, boah, ach da unten. Ach da, ja, lass mal gleich mit dir gehen. Ich weiß jetzt nicht, wie lang ich aufnehme, das ist voll doof. Timer wäre da echt nicht schlecht. So, okay, ich bin da. Wo bist du? Wo bist du es? Also, wer mich abfacken will, bot ein Jump and Run Web mit Seerosen. Es gibt nichts Schlimmeres. Aber. Wieso, wieso tue ich mir die? Wieso wird ihr mir die getan? Weil du es bei mir auch getan hast. Faggot. Ich bin runtergefallen, das ist ein Unterschied. Ich bin runtergefallen, das ist ein Unterschied. Ja, okay, ich lasse es. Äh, macht der Hebel hier was? Ich gehe angeln. Ja, der macht was. Ich gehe jetzt noch hoch. Ach, leck mich doch. Angeln ist langweilig. Lol, da sind zwei. Pia, Spawn. Äh, ich bin dort. Hoch. Na, ich komme mal. Ich verarschen, Alter. Ich komme von hinten. Das war so klar. Boah, Pierre, du bist so scheiße. Wird doch mal bei mir. Du bist immer weg. Weg. Als ob du die schaffen würdest. Was war denn das für ein Sound? Wollte gerade sagen, Alter. Schrei halt wie ein Schwein. Das war eher so ein Pferd oder so. Alter, die einfach jeden wegmetzeln. Die Tüppe. Oh, gut, dann. Äh, ja. Dann, bis gleich in dir nichts in Folge. Du scheiße aus. Äh, ja, okay, gut. Also, ihr habt ja gerade gehört. Die Haare sehen scheiße aus. Äh, okay, ich bin am Rennen. Ich bin am Rennen. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Okay, ich gehe mit dir. Ja, wo bist du denn? Äh, hinter dir sind drei Leute. Okay, läuft. Ja, danke, dass du mich punchst, du Wichser, Alter. Hier, punch schon mal. Wie ist das? Wie ist das nicht am Anfang boxen? Danke, dass du mich vorbeilässt, du Wichser. Äh. Wollte ich gerade schon punchen, Alter. Was ist das für ein Zug? Mein Gott. Die Greise sind schön gemacht. Ich kann punchen. Äh, der Back, glaube ich, oder? Ja, das ist ja punchen. Äh. Was soll denn? Ach, hier, ich hab nur ein Goldhahn, ich will dich nicht gerade. Ja, lobt die Küste. Jockel. Hier, Goldhahn nicht. Okay, da hinten ist einer, den ich killen. Ich laufe die Gleise weiter. Nein, nein, laufe doch mit mir mal. Naja. Ist doch nichts mehr. Aber willst du das wissen? Weil ich Jesus bin. Nein. Ach, jetzt weiß ich, wo die scheiß Kisten sind. Wo? Ich glaub's zumindest. Ne, ist ein Pisten. Da unten ist auch nicht schön, was soll? Die Möp ist nicht Kisten, halt. Ist auch nicht. Wer wartet so'n Scheiß? Boah, nice one, Alter. Ich hab fertig ein Kettenhahn. Ich komm ins Wasser. Boah, was laberst du mit Kisten, nicht kistenhaltig. Wir sind doch Chests. Die sind jetzt erst gespawned. Ja, deine Schnauze jetzt. Äh. Oh. Trottel. Boah, fuck, ich hab'n Schreiberbruch. Okay, gut, dann lass losgehen. Wieder. Jetzt schon eine Glut? Oh, nee. Ich hab'n Steinachstier. Ich frag' mich irgendwie, warum Gold-Sachen eigentlich so low sind. Ohne Spaß. Ja, weil sie weiß sind. Ganzhaft. Gold ist ein weiches Material. Fört sich aber ein Real-Life-Heart an. Ja, aber trotzdem ist es ein weiches Material. Ja, hab' ich gestern, du Arschloch. Dann bieg's mal. Los, bieg ein Goldbarren. Ähm, über uns ist einer, ne, also. Naja, auf'm Dach, oder? Ich hab' da einen gesehen. Wo der genau ist, genau. Ich hab' das runtergesprungen. Ja, ist auch. Ja, man, den Knicks hab' ich ihn davor verfolgt. Los, Pia, rennen. Ich kann gleich nicht mehr rennen. Oh, hier ist eine unsichtbare Tür. Ja, es gibt, äh, ja, da sind Leitern. Ne, das war eine unsichtbare Tür. Das kannst du auch auf und zu machen. Oh, ne Witz, das ist so ein Faggot. Ich hab' keinen Bock mehr. Der rennt immer nur weg. Wahrscheinlich, weil er nix hat. Ja doch, der hat sogar eine Steinachs weggeworfen, der Faggot. Oh, das tut mir grad' schon, was einer. Du hast nicht so viel was zu essen. Sieh doch in Ruhe Komm, lass sie in Ruhe Lass sie doch in Ruhe Mach doch die Tür einfach zu Sie hat Schuhe Aber sogar welche für dich Ja, werfst du mir hier durch den Schlitz Nein, lass dich erst raus Werfst du mir erst durch den Schlitz Okay Komm, ich hab ja Hey, das... Geheimtür Schwarte hier Pass auf, da unten, Alter Du kannst dort nachkommen, hier geht's dann nicht mehr nach oben Also, das kommt dann wieder raus Und hier ist gut, äh, gut'n Luz Echt? Hm Vomarsch Hast du noch Pekext? Oh, nein Okay, okay, uns ist einer gefolgt Oh, richtig gut, Alter Okay, ich brauch gut essen Ich hab nur noch ein halbes Herz Okay, essen Hier Hier So, da 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 Steinschwert, hier hast'n Goldschwert Ne Angel Das ist gut Ich hab auch einen Diamanten Boah, das war richtig gut, dass wir uns immer so abgewechselt haben mit dem Punchen Erst hab ich ihn gepuncht, dann hast du ihn gepuncht und dann ist er direkt Hast du noch was zu essen? Oh, Pia, und wie kommt man da jetzt wieder hoch? Ich weiß wie, aber das ist kompliziert, wenn du's von da machst, wo du stehst Aus Oh, ne Oh, ne Hey, das war's doch wert, oder? Ja Ja Jein Du wirst fast voller Eisen Äh, ja, so weiter hoch oder da rein? Ich geh einfach mal rein Ich geh einfach mal rein Hier sieht man gar nichts Ne, ich seh auch nichts Pass auf, nicht dass du auf ne Druckplatte trittst und dann geht, pass auf Oh, der Mensch, Alter Da geht das so Okay Richtig gut, Alter Okay, das war dann was wert Ich dachte zuerst, ich fall da nämlich wieder runter und dann bin ich tot und dann Weil mit 43 Frames, äh, Jumpman machen das nicht so toll Ähm, du redest mit mir Ja, du, ich weiß, dass ich mit dir rede, Professor Doktor von 5FPS Waren wir denn nicht schonmal? Doch, da hinten ist der Spawn Was ist denn zum Ausgehen? Wir sind im Kreis gelaufen Schön Wunderschön Aua Ey, ich hau dich nur mit ner Angel, beziehungsweise punch dich damit Das tut ja mit nie weh Hör auf vor deiner Kiste vorbei, wie alle anderen auch Nö, zu spät Was sagen wir, ist sowieso im Kreis gelaufen Weil wir nach da gelaufen sind, wir jetzt sowieso wieder hier sind So Ja, waren wir hier überhaupt schon überall? Nee Also Also Stell dir vor, du fällst da in den Brunnen, Alter Ach, ich spring rein Ne Yolo, ne Oh Nein Nein Och Pierre Der hat shiftlos gelasht Faggot 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 Kommst du da nicht irgendwie raus? Nein Faggot Ich kann auf dem Lock hier, aber der geht nicht weiter Ich kann auf dem Lock hier, aber der geht nicht weiter Ach Pierre Bleib da unten Ja Immerhin, ich überleb' bis zum Deathmatch Ja Hier wird keiner freiwillig reinspringen Hm, na, kann sein Jetzt töten noch drei oder so Ja, ja Ich renne ja grad zum Spawn, wegen Christian Refill Steckt man da sowieso eins, zwei Leute Oh, okay, ich hab nur gefunden, cool Oh, okay Da geht schon ein Fat Action Es ist bestimmt irgendwo ein Knopf Warum pallde ich immer einen Löscher, dass ich verliere? Er ist ja nur bei dem Jump and Run Was ist denn Jump and Run? Dennis Wo ich in das Loch gefallen bin Achso, ja Pierre, sei doch froh Ich meine, ich sterbe jetzt wahrscheinlich Und ich sterbe dann im Deathmatch, weil ich noch ein scheiß Gold sperrt hab Ich werd hier unten verhungern Erst Jahre Tod schluss Arschloch Okay, Kirsten, refill Oh man, Pierre, wieso? Da Der hat Shift losgelassen Der hat nen Scheißdreck Was soll ich mit dem Bogen? Ich hab den Steinschwert drunter geworfen, oder? Und den Bogen Ja, keine Ahnung, egal, krieg dich da mal ein Jetzt noch mal den Geheimweg Altersspiel, äh, Spel Stell ins Spiel mal auf düster, siehst du gar nix mehr Nö, nö Und hell ist ja schon dunkel Was ist dunkel? Hell ist ja schon dunkel Also manche Stellen ist halt echt dunkel Das war cool Äh, war schwul Ich werde sterben Dann beginnt der F-Match Irgendwie hast du das vorher nicht gebracht, darunter zu gehen nochmal Also für uns ist eigentlich schon wieder Ende, weil du immer denkst, du musst irgendwie failen, ohne Witz Dir verliert man immer nur, mit Maxi haben wir davor immer gewonnen, dir verliert man Ja, das ist ja das Lustige dran Ja, brutal lustig Ich lach mich kaputt Du hast dich kaputt gedacht, dass ich reingefallen bin Ey, langsam hab ich echt keinen Bock mehr Dann töte einen und bring dich um Alter, ich hab den Typ doch nochmal gepanischt Kommt immer angeschissen Der rennt weg, dreht sich um und kommt wieder angeschissen Dann renn halt weg, Hurensohn Ohne Spaß Na komm doch nur Was denn jetzt rennst du wieder weg? Du bist so ein Opfer, ohne Witz Du bist langweilig, du Typ Ja, endlich, du Hurensohn, Alter Du mein Ficker Scheiße, Faggot Jetzt verhunger ich grad Ich weiß ja das rum Echt ? Warte, ich komme Krieg ich schon Der progress Nein Alles geht grad extrem schnell runter Oh, fuck, 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 fuck. Nicht sterben, nicht sterben. Weißt es, ich kann mal mit so einem Baby, Alter. Hier, ein paar Kekse. Loll, der Typ hatte 64 Brot. Hier, krieg's durch dich. Loll! Nee, okay, okay, warte, du kriegst noch mehr, hier, Alter, der Typ hatte fast zwei Stacks, rot Wie das? I don't know Komm, lass mal Shift los Hab ich doch, ich lieg doch gar nicht, hier, warte mal, hast du ein bisschen Eisensachen, da, da Was soll ich damit? Egal, sterben, ich steck dran Pierre, wieso? Wieso, ich kann das nicht nachvollziehen Wieso bist du so kacke? Das war der Charakter, der kann nix, weißt du? Du kannst nix Ich kann schon was Ja, kacke sein Ja, das kannst du nicht Ja, nee Gerade einen getötet, der war fast voll Eisen Wetten, einer von denen hat die erschwert, ich weiß es einfach, ich hab's einfach Murin Der hat Trolli getötet Genau, der hat, genau, der hat Trolli getötet Ich wünsch mir einen intelligenten Pierre Ich wünsch mir einen intelligenten Pierre Ich wünsch mir keinen dummen Pierre Ich wünsch mir einen schlauen Pierre Ich wünsch mir einen Pierre, der nicht immer in die Brunnen fällt Ich wünsch mir einen Pierre, der kacke ist Ich wünsch mir einen intelligenten Pierre Intelligent, intelligent E gleich MC Quadrat Ich meine intelligent bezucken Es wird alles wieder zu einem Haufen, ernsthaft Warte mal, ich habe die Idee, ich springe da rein, spring da rein, spring da rein Ich bin nett Geht das? Schade, es wäre ja eine Idee gewesen Mein Gott Nein, lass mich nur ruhen, Pia bitte, Pia Ich hasse dich Ja, gib Och, nö Tschüss Fixer, lass mich jetzt in Ruhe, warte mal, warte ich hab ne Idee, ich hab ne Idee Ah ne, TNT wird ja nicht so, ist ja kein färster Block, ne? Was? Doch Okay Nein Nein, lass es, geh weg Hast du kein Schwert? Nein Okay Hey, immerhin die items sind weg Ich hab wenigstens meine Goldnuggets Ich hab wenigstens meine Goldnuggets Boah Wirds langsam langweilig, ohne Spaß Unterbreche in der Aufnahme bis zum Deathmatch Nö, die dürfen das alles jetzt mitsehen, wie scheiße wir sind Nein, nicht hauen, hier, bitte, 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 nicht hauen, bitte, nicht hauen, bitte, nicht hauen, nicht hauen, nein, bitte, 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 jetzt lass es so, bitte, 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 ich haue dich nicht, das ist doch, bitte, okay, weißt du was, äh, ich mach jetzt hier ganz kurz eine Aufnahme, Cut, und wir sehen uns dann wieder, wenn, fertig, und so, wenn wir in Deathmatch sind, bis gleich So, wir sind jetzt gestorben, ich hab Pierre getötet, und dann kamen noch, also, erst mal kamen zwei, drei Leute, drei Hurensöhne, dann hab ich Pierre getötet, weil ich mir gedacht hab, YOLO, wir schaffen das eh nicht, die töten mich jetzt mit dem Bogen, und dann haben die mich gekillt Ja, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht Und du bist ein Igel Ja, und ich bin jetzt ein Igel Arschloch Ja, okay, gut, also, wir haben jetzt dreimal verloren wieder Ne, zweimal, doch dreimal, dreimal haben wir wieder verloren, dank Pierre Äh, ne, na was, ich weiß nicht, ob Pierre ich hier bin, aber Naja Es war jetzt nicht wirklich dohl Aber ich bedanke mich für's Zuschauen, ich meine, gewinnen kann man nicht immer, und Ja, dann bis zum nächsten Mal Tschüss Ich weiß nicht, wie wir hier sind, wir sind ja auch nicht, wir sind ja, 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 wir sind Vielen Dank.